So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Rolf. Ich stehe hier gerade vor dem Amtsgericht und muss euch ehrlich sagen, hier herrscht ein böser Wind. Ist für mich eine komische Geschichte, weil nach 30 Jahren bin ich hier mal wieder vor dem Gericht. Ich war auch schon mal beim Landesgericht. Aber diesmal bin ich entspannt. Ich gehe immer eine Rauch hin. Und zwar bin ich ja nur als Zeuge. Und dann ist es cool. Ich habe ja schon lange mit so einem Ding nichts mehr zu tun. Das wisst ihr alle. Aber es ist wichtig, ob hier heute recht gesprochen wird. Deswegen warte ich hier nochmal ein bisschen und gehe gleich wieder rein. Ich brauche erstmal eine und will mal gucken, ob der böse Mann, der mir Schaden zugefügt wird, auch bestraft wird, wie ich, als ich in meiner Jugend noch Scheiße gebaut habe. Wir sehen uns. Ich muss gleich wieder rein, weil ich will das Urteil hören, weil ich finde, wenn man was macht und sowas scheiße ist und nicht in Ordnung, dann sollte man auch dafür einen reingedrückt kriegen. Wir sehen uns.